Hallo, mein Kinkler mit recht herzlich willkommen auf meinem russischen Kanal und zu einem russischen Fla-Fan-Game bei Oran, Oran. Greetings, my friends. Pasi-ba. Ich habe schon mal eins gespielt, wie Saloppy, das mit dem Teddy-Bear. Ich bin das für ein Eiler. Wir spielen das hier heute. Ja, alles klar, alles klar, aber das habe ich ja schon verstanden, verstehst? Alles klar, änder. 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 Ich verstehe kein Wort. Ein Vöhlbuer. Allja, komm вот. Komm, 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 komm. Rosti! Da bin der ich! Leute! Da bin ich Leute! Der Rostige! Spasiba, mein Freund! What? Oh, nee! Oh, great! Das ist der Rosti! Rosti ist im Fernsehen! Ich muss erst den Fernseher abmachen! Ich muss erst den Fernseher abmachen, sonst kann ich nichts tun! Rossi! Aber es kommt ja keiner! Rosti! Rosti! Ihr seht, wenn ich hier bin, kann ich nichts tun! Wenn der Monitor an ist! Sorry! Wow! Bild von mir! Ich bin beim Wetter im Spiel verewigt! Ich bin beim Wetter im Spiel verewigt! Wie denkst du? Oder? Oder? Was sieht man? Wieso hab ich? Ich bin beim Wetter im Spiel! Sie müssen im Spiel verewigt! Sie können zum Beispiel nicht oder? Ich weiß... Ich bin beim Wetter im Spiel! Ich weiß... Ich bin beim Wetter nicht verstanden, dass ich es noch nicht gesehen hat! Ich bin beim Spass... Ich bin beim Wetter. Er hört sich gern selber reden. Aber dem macht es viel Spass! Oh mein Gott, zwei Uhr, wir haben zwei Uhr. Warum? 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 Auflegen. Er ist ja hier. Ich muss ihn, glaube ich, in der Kamera verfolgen. Ich brauche mal kurz ein Bild. Screenshot. Something. Wo ist er dann? Roasties. What? Ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Er haut ja dann hier ab, ne? Ich liebe diese russischen Spiele. I love it. I love Russia. Von Russia with love. Und solange wir im Fernsehen sind, können wir nichts tun. Mysteriös. Aber er ist schon weg. Aber wo ist er dann? Wo? Weil sehen tue ich ihn nicht. Sehen kann ich ihn nicht. Ich sehe ihn nirgends in der Kamera, Leute. Ich sehe ihn nirgends in der Kamera, Leute. Ich weiß nicht woher reißt. Ich sehe ihn nirgends in der Kamera. Ich weiß nicht woher reißt. Ich weiß nicht woher reißt. Man sieht ihn nirgends, also ich seh ihn nicht, da unten war er, habt ihr ihn gesehen? Nein, die Tür geht rund, er war unten links, er war unten links, 3 Uhr, da war ich, er war ja, habe ich doch richtig gesehen, Auge sei wachsam, Auge sei wachsam, diese Figur, die gibt er mit Sicherheit im russischen Fernsehen, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr diese Figur, den Namen kennt, hier unten links ist er gesessen, oder rechts, ich glaube unten rechts, ne links, ich habe ihn gesehen, man sieht ihn dann in dieser Kamera, den kleinen Ocelotier, aber dann Fast Freddy, verstehst, hier hockt er dann, hier, wenn er wieder kommt, kommt, also wie gesagt, wenn er wisst, wie dieses Blüschtier heißt, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, was ist denn das, was zum Essen, oder für die Tiere, ich bin so, ich weiß nicht, und wie gesagt, man muss den Fernseher ausschalten, noch nicht, erst beim nächsten Mal kommen, wenn er das nächste Mal läuft, dann aber schnell ins andere Zimmer und Tür zu und schaut mal hier hin, hier muss er sitzen, 5am, 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 er kommt nicht mehr, da, guckst du doch mal, er kommt nicht mehr, habt ihr den jetzt gesehen, unten links, mal ein bisschen warten, warten aufs Christkind, oder einmal, hehehehe, voll alles im Griff, wo steht da alles im Griff, strike, aber das finde ich cool, dass wir die Entwickler auch das zu meiner Arbeit würdigen, oder zu würdigen müssen, indem sie so Gimmicks von hier in mir einbauen WHAT!? hallo? WHAT? I LOVE IT! ja freunde das war mal wieder ein spielchen von oran oran den hier schön grüße greetings ich würde euch gerne vorlesen wie das spiel heißt aber ich habe keine ahnung aber ihr wisst ja ich und meine mit meinen hang zu den russischen fnafgames ist einfach absolut ich bedanke mich bei euch für zusehends passiva würde mich freuen wenn er wieder einschalten würde auf dem russischen kanal bitte bemerkt euch dieses video schreibt was in die kommentare aktiviert die kloge und falls ihr noch gerne abruft haben und aufs kämpfe drücken press the headbutton to subscribe ansonsten genießt das leben mit jahre live und passt miteinander auf haute und bis zum nächsten mal ich sage tschöne für nö und fingern nicht an uns euer russikerin thank you goodbye spasiva bye bye hi hi dog